Bei der Verleihung der Golden Globes in Los Angeles hat der Film Bohemian Rhapsody zwei wichtige Preise abgeräumt. Das Werk über die britische Band Queen wurde als bestes Filmdrama ausgezeichnet. Der Preis für den besten Hauptdarsteller ging an Rami Malek als Freddie Mercury. Als beste Komödie wurde der Film Green Book geehrt. Die deutschen Nominierten gingen leer aus.